Unser Wippzelt. Treffpunkt der Schönen und Reichen von Saarbrücken. Jetzt wollen wir mal dieses ehrfürchtige Heiligtum unseres FCS betreten. Naja, wie man sieht, vergammelt, es verkommt. Und dieses Teil soll noch verkauft werden. Ich bitte einzutreten. Wir schauen nach links. Der Geruch, naja, darüber reden wir mal nicht. Wir schauen uns nur an, ehrfürchtig, wie es in diesem Telt aussieht. Dunkle Ecken. Leider, leider vergammelt dieses Teil hier. Man sollte nicht vermöglich halten, wie groß das Dunk ist. Einfach oben der Boden hebt sich. Das heißt, viel Feuchtigkeit hat einen Weg gefunden. Schauen wir mal hinter die Kulissen. Hau. Sehr schön. Hau. Geh mir fort. Geh fort. Hau weg. Hau weg. Geh fort. Guck dir das da mal an. Leck die Kuh am Arsch. Da gibt es nur Ends. Abfackele. Aber nicht hier. Zusammen mache. Verbrennungsanleihen fahre. Wahnsinn. Also das kann keiner mehr sauber kriegen. Vor allen Dingen der Geruch, der Geruch, der Geruch, der Geruch. Oh Gott. Ich glaube, es ist besser, wir gehen noch mal raus. Könnt ihr wenigstens ein bisschen abgesichert sind? Damit jetzt ein dumm Beidle wie ich kommen und fotografieren. Naja, was soll's. Wie alles muss einfach nur weg. Ich guck mal, wenn ich da beim rausgehen. Naja. Ich guck mal, 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 ich